Richard E. Meyer greift die Cognitive Load Theorie auf, erweitert sie aber um eine wichtige Beobachtung. Offenbar lernen wir besser, wenn uns Informationen als sinnvolle Kombinationen von Bildern und Texten dargeboten werden. Auf dieser Beobachtung baut Meyer seine kognitive Theorie des multimedialen Lernens auf. Multimedial meint dabei sehr grundsätzlich jede Kombination von Bild, zum Beispiel eines Fotos oder eines Videos, und Text, und zwar geschriebenen und gesprochenen. Unter multimedialem Lernen versteht Meyer die Aktivität, mit der Lernende den Sinn von Informationen aus Bildern und Texten entnehmen und daraus mentale Modelle dieser Informationen im Arbeitsgedächtnis entwickeln, die sie anschließend ins Langzeitgedächtnis überführen. Solche Modelle können von Person zu Person sehr unterschiedlich sein, weil sie davon abhängen, welche Informationen überhaupt verarbeitet werden. Ihre Aufgabe als Lehrende ist es, Lernende durch multimediale Lernmaterialien bestmöglich bei dieser Verarbeitung zu unterstützen. Um diese Unterstützung bieten zu können, ist es vielleicht hilfreich, genauer zu verstehen, warum Lernen besser gelingt, wenn Bilder und Texte präsentiert werden. Die Begründung liegt in einer Erweiterung der Vorstellung des Arbeitsgedächtnisses. Informationen gelangen nämlich über zwei Wege ins Arbeitsgedächtnis und werden dort in zwei Kanälen verarbeitet. Der eine Kanal übernimmt die visuelle Verarbeitung, der andere die auditive. Beide Kanäle unterliegen der Kapazitätsbegrenzung des Arbeitsgedächtnisses, die auch die Cognitive Load Theorie beschreibt. Die visuelle und auditive Informationsverarbeitung geschieht allerdings nicht vollständig isoliert voneinander, sondern führt jeweils zu Modellen, die letztendlich zusammengefügt werden und so voneinander profitieren. Beim multimedialen Lernen werden der visuelle und der auditive Kanal angesprochen. So richten wir uns beispielsweise in diesem Erklärvideo mit Informationen aus gesprochenem Text und schematischen Abbildungen an Sie. Folgen wir Meyers Theorie weiter, besteht Ihre multimediale Lernaktivität darin, dass fünf kognitive Prozesse ablaufen. Erstens wählen Sie relevante Informationen aus dem Text aus, den ich gerade spreche. Zweitens entnehmen Sie der Abbildung, die wir Ihnen jetzt zeigen, relevante Informationen. Diese beiden Selektionsprozesse helfen Ihnen dabei, wahrgenommene Informationen aus Ihrer Umwelt in Ihr Arbeitsgedächtnis zu bringen. Dort organisieren Sie drittens die ausgewählten auditiven Informationen aus dem Text in einem stimmigen und sinnvollen Modell des Gesagten. Das Gleiche tun Sie für die ausgewählten visuellen Informationen aus dem Gezeigten. Bei beiden Prozessen stellen Sie in Ihrem Arbeitsgedächtnis Beziehungen zwischen den einzelnen wahrgenommenen und ausgewählten Elementen her. Fünftens verbinden Sie das verbale und das bildliche Modell und integrieren es in Ihr bereits vorhandenes Vorwissen, das Sie aus Ihrem Langzeitgedächtnis abrufen. All diese Prozesse passieren während des multimedialen Lernens wieder und wieder. Gemeinsam zielen Sie darauf, kurzfristige Modelle aus dem Arbeitsgedächtnis langfristig und jederzeit abrufbar im Langzeitgedächtnis zu verankern. Wie schon von der Cognitive-Low-Theorie herausgestellt, gilt allerdings für diese Prozesse, dass Ihr Erfolg von den freien Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses abhängt, die immer dann eingeschränkt werden, wenn die unnötige kognitive Belastung beim Lernen zu hoch ist. Wahrscheinlich stellen Sie sich nach diesen Erklärungen die Frage, wie Sie herausbekommen, welche Art der Kombination von Bildern und Texten lernförderlich ist und welche eher zu unnötiger Belastung führt. Genau dieser Frage sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahrzehnten nachgegangen. Im Ergebnis haben Sie allgemeingültige Gestaltungsprinzipien multimedialer Lernangebote entwickelt, die Ihnen sowohl bei Ihrer Gestaltung als auch Auswahl von multimedialen Lernmaterialien für Ihre Distanzlehre helfen können. Dabei sind diese Prinzipien so grundsätzlich, dass Sie sich für die Erstellung einfacher Arbeitsblätter und die Produktion von komplexen, animierten Erklärvideos gleichermaßen eignen. So einfach diese Prinzipien erscheinen mögen, so groß ist Ihr Versprechen. Je genauer Sie diese Prinzipien bei der Gestaltung und Wahl Ihrer multimedialen Lerneinheiten berücksichtigen, desto geringer sind die Belastungen für das Arbeitsgedächtnis der Lernenden und desto höher sind seine freien Kapazitäten für das Lernen.